Das hier ist wie wenn Pizza und Baby ein... Das hier ist wie wenn Pizza und Sandwich ein Baby bekommen. Wir machen jetzt das Trendrezept von Social Media, nämlich das Pizza-Sandwich mit Burrata. So lecker. Wir fangen an mit dem Pesto. Dafür rösten wir erstmal die Pinienkerne da hinten an und ich zupfe mal den Basilikum. Ich liebe Basilikum auch. Richtig, richtig arg. Und gleich machen wir noch das Olivenöl rein und den Knoblauch machen wir auch und den Parmesan. Also wir machen wirklich ein klassisches Pesto. Ihr könnt aber auch die Pinienkerne, wenn ihr die nicht mögt oder nicht vertragt, könnt ihr die auch gerne weglassen. Oder andere Nüsse hinzufügen. So jetzt pressen wir den Knoblauch noch rein. Du voll saftig. Yes, juicy. Ja man... Uh, uh, uh. Uh, uh. Und jetzt kommt noch ein bisschen Maggi-Würze rein. So. Wir schneiden uns jetzt unsere Tomaten und unsere Zwiebeln. Was willst du lieber schneiden? Tomaten. Ja. Weil wir jetzt gerade ein Pizza-Sandwich machen, bist du eigentlich Team Pizza oder Team Pasta? Ich finde es so schwierig zu sagen. Ja. Aber ich glaube, ich würde immer, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich für Pasta entscheiden. Ja. Aber ich finde ja, zum Beispiel das, was wir jetzt machen, ist ja mehr als eine Pizza. Ja, das stimmt. Das ist mehr wie so eine Kalzone, finde ich. Ja, und das ist halt geil. Das ist halt schon wieder was anderes. Ja. Aber so halt eine klassische belegte Pizza, da hat man eben bei Nudeln mehr Variation. Dann schneiden wir das einmal in der Mitte einmal durch. Möchtest du mein Messer haben? Ja. Wenn meinst du ein bisschen größer wird, ist das auch nicht so schlimm. Und dann nehmen wir jetzt unser Öl und bestreichen jetzt mit dem Öl unsere eine Seite. Und das machen wir, damit das nicht zusammenklebt quasi, ne? Genau. Also wir müssen es dann falten. Genau. Richtig. So wird aus der Pizza ein Pizza-Sandwich. Yes. So, jetzt kommt es noch oben einmal drauf, das Öl. So. Und ab damit in den Ofen. Wuhu. Also ich muss sagen, unsere Pizza-Sandwiches sind ganz schön braun geworden. Richtig nice. Bist du es schon mal? Ich mache es so auf und du machst es rein? Ah, okay. Wir machen es so ein bisschen. Teamwork makes the dream work, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, aber bitte ein bisschen die Zwiebel verteilen. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Arugula. Arugula. Mmh. Und dann machen wir, zack. Und richtig schön viel, bitte. Das soll so richtig geil sein. Okay. Saskia ist schon mal am probieren. Und während sie jetzt probiert und euch gleich sagt, wie es ist, könnt ihr hier oben schon mal unseren Kanal abonnieren. Und wir haben euch hier unten nochmal ein anderes leckeres Rezept verlinkt. Und was sagst du? Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, du darfst es auch mal. Es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Mmh. Ja, du darfst es auch mal.